Du hörst Hoffnungswirtschaft mit Walter Niefeld. Manchmal um Alkohol, ohne Betanis, Hoss, Betanis, und dort wie Flietje döne, biederzäe, die vom Souten kommen, die nicht von Gott kommen, dort wie andere Menschen würden schlechtert wünschen. Es gibt viele Orte von Dämonen. Wo kann man einen Dämonen uittreifen? Wie würde es sagen, mit Betan? Stimmt, Betan. Wo bete ich? Wenn wir hier sitzen in Markus Kapitel 9, Vers 25, wo sieht Jesus zu dem weisen Geist, was er jung hat. Jesus sagt, du stammest, du stammest, ich gebeide, dass du rutschest, und nicht mal wie er hier nenkämst. Aber wo finden wir das? Dass dem Dämon geboden wird. So tun ich gebeide. Und Jesus sagt, an meinem Namen wollen wir die Dämonen uittreifen. Wie können die Dämonen nicht uittreifen in unserem Namen? Weil die Dämonen würden streiter sein als wir. Wie können die nicht sein? Die würden uns die Dämonen dammleeren. Aber, im Namen Jesu, der wir als Christen seien, Souten, oder die Böse ist, du ist hier was, im Namen Jesu Christi, in der Matkone. Und nun beten wir, im Namen Jesu. Und ich bete, im Namen Jesu, für all die, die gebogen sind und Dämonen. Und Dämonen, die an der Tauhierer sind, wo immer ein Tauhierer gebogen ist. Die, die gebetet, go wasch, im Namen Jesu, und komm nicht weiter treten. Amen. Warte im nächsten Mal, mit Hoffnung. Das wird eine Produktion von Jesus Responde auf dem Munde heute. Töp, mit dem Namen Jesu schreiben über Paraguay und der Welt. Kontaktieren uns nun ja, info arroba jesusresponde.com Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.